. 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 Freust du dich? Nein. Wieso nicht? Woher gehen wir jetzt? Auf die Bahn. Auf Monte Comino? Ja. Ist das hier hinten? Weiss nicht. Nicht ganz. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Schau, warte. Hier mit dem kleinen Bahn. Nein. Schau, dann kannst du rein sitzen. Nein. Und kannst du ein Blach drüber tun, damit es nicht regnet? Nein. Nicht? Gehen wir da? Da hinten? Ja. Ah. Freust du dich? Ja. Hier bist du? Ja. Du musst jetzt ins Display schauen. Hey, ist ungewohnt. Was haben wir jetzt für eine Lumix von Panasonic? Probieren wir die mal aus? Ja. Ein grosses Mikrofon noch drauf machen. Da ist unser Gondelbändli. Wird lustig. Das ist irgendwann in dem letzten Jahr tausend gebaut worden. Wird lustig gefahren. Wir haben ein paar weniger geübte Gondelfahrer dabei. Wir haben das letzte Video bevor wir abstürzen. Wo wir gehen hopfen in den kleinen Bänden. Ja. Ja. Jetzt. Hallo. Hallo. Hast du festgeschaukelt? Ja. Wo bist du jetzt? Papi sagen. Ich kann es auch nicht aussprechen. Rasa. Rasa. Irgendwas. Wo kommt der? Rasa. Was ist auf dieser Seite? Auf der anderen Seite. Hier. Da hinten dran. Schöne Häuser. Nicht? Gefällt dir die nicht? Schöne Häuser. Ja. Schöne Häuser. Ja. Schöne Häuser. Ja. then. Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt musst du mir mal zeigen, laufen wir mal voraus. Du musst mir mal zeigen, wo sitzt es da. Wo geht es durch? Stoppen wir mal. Schau mal. Eine riesen Halle. Alles Minigolf. Sind wir richtig? Ich glaube nicht. Schau mal. Nein. 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 Nein.